um K Max was wollen wir machen das ist eine sehr gute Frage ich würde sagen wir schauen mal ob da irgendwas drin ist warte kurz ich schaue ob ich die Turbine noch hab Du hast sie glaube ich nicht mehr weil du schon gestorben bist ok dann machen wir das den Weg zu Farmen ok wenn ich wüsste wo sie dann geht ok komm Paul da guckst du ok jetzt ich will es nicht so dass ich was sehe oder so ich sehe auch nicht so wirklich ich sehe halt auch dein Name nicht mehr wenn du so kurz auf mich wartest dann können wir kann ich dir gegen die Viecher halt auch helfen da bist du ich hab keine Lust mehr Geld ich hab den Kopf nicht zu dumm oder was da wo freund Alter Mann und hat den Fall was macht der Dio hier Euro ich hab mich gar nicht mehr für mich nicht mehr aber sich zu Lava sehen genau bei der Nähe von dem Lava sehen versuchen mich an den Spiel zu verteidigen und es ist für mich okay du bist tot er hat aber verbieten mich rum ich werde ich verteidigen ich werde 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 ich wieder beleben und sozial habe keinen bock auf euch dann ist das immer sagen ich glaube nicht dass ich bin hier wo gehen wir dann gehen wir hier lang dann kommen die ohne Beine bis zu sehen ich habe kein klarer Eitel mann ich bin da bis zu haben ist und das macht die Fettkohle ohne mich wir sind ja so dann 4.000 Kerstin sehr gut wenn du vielleicht hier zurückkommen würde es war schon ein Kasten mit 6.000 die Gauwannuk Knuckles kaufen die machen Köln-Zombiefe bis Runde 14 bei Runde 14 haben sie ungefähr zu Schadkirche Köln-Gerassie aber ich habe nämlich die ganzen die Tieren und zu machen zu guter Argument vorüber zurück in Paul Köln-Gel zurück für die Mischte bin ich weiter ich kann ja nicht ich habe es angeschossen und es wird sich verpisst aber es hat mich natürlich angegriffen was machen wir? wir kaufen uns einfach bessere Waffen, bis wir was Gutes haben? wir kaufen uns bessere Waffen, bis wir was Gutes haben wir schaffen es sowieso nicht, hier noch was groß zu machen so, wie wir gerade einen Lappen haben ich fahre mal weiter fahre ich fahre weiter bis ihr über uns wisst fahre ich den Preis ja, der fette Preis soll ich die Viper nehmen? also du hast eine 11 und eine Viper, kannst du nicht nehmen? nein, ich kann die auch nicht nehmen und BH, ich dachte vielleicht, ne, ich kann sie nicht nehmen ja, ok, ich schaue sperre jetzt kommt MG immerhin was für eins ist schwer ja, ne, die hier ist nochmal was mit dem Rund-Magazin halt ja, eben, das ist geil, das ist eines der geilsten was überhaupt hier ich glaube, ich bin jetzt so umgekehrt auf der halben Hälfte das ist bei Tauern weiß noch nicht, weil ich noch war es mal Wombo, doch, der kommt noch einmal Moment kurz, Max Mann, das fast schon ich kann es gut ich versuche mal, sollte sie zu leiten werden du hier so aber ich denke, einfach... nein, nein komm in Sterke, ich kriege ich noch ja, man macht Bedürfung da geht es hin muss es ja war es sonst haben wir wollen sterben wenn eine Regel so wie es schafft es nicht mehr wo es die auch ein paar Uhr kann man auch ein bisschen sich nicht schütteln die Fiktion vor Ort haben sie können und der Verkaufsdruck und die Strecke man sich um die okay du bist am Arsch bis du bist jetzt bald bei einer Röbungswetter Prozent der Bewerbungsstelle Oh, du hast zu verhachtet, das ist ja so. Das ist ja keine Muni. Das ist doch eine Ex-Amo, Junge. Ja, ich weiß. Oh Gott, egal. So, kann ich verliere ab. Ich hab keine Muni mehr. Oh, jetzt bin ich ab. Okay. Okay. Wie eine Muni. Kannst du da hoch springen? Wenn du da hoch springen kannst, spring da hoch. Warte kurz. Du kannst nicht sagen, das ist schön. Huiuiui. Du bist hier im Leiter, der überlebt. Ach so, da sind wir irgendwie wachst du voll hier bei mir. Ja, bei mir auch. Wir sind glaube ich daran, das ist die Zwischenzeit zu sagen. Ja, du wachst immer durch die Wände, also wachst nicht durch die Wände. Du kannst 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 nicht durch die Wände. Das ist ein Zombie. Ja, Alter. Du kannst nicht durch die Wände. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier. Versuche es zu machen. Dann ist die Welle. Ich brauche es hier. Wir können hier. Ich gehe nicht rein. Gehe nach hinten da. Da kannst du, glaube ich, kaufen oder so. Gott, was ist mir hier denn? er nennen okay wie ich sagte irgendwann mal wenn du so was wir machen wollen aber jetzt hier versucht man zu überleben bis nicht wollen kann zu töten die sterben vom freien heiliger was es ist immer besser als wenn er nur dumm oder sollte gilt wenn ich um tötet reingemann rsb immer der der aufnimmt das ist wie irgendwie gespannt abend es war das jetzt auch schon die Säger machen den ich glaube er ist ein bisschen später mal denken okay dass ich am Arsch hier Prozent auch wenn du eine Granate hinwirft und er ist ganz da hier diese Trittor für sich machen wo es ist dass ihr auch da bleibt nicht mehr abbaunt denn sie ist aber man es habe ich gerade noch eine Scheiße werden gebäude nein ja ja bei der nächsten leute wird wieder eine granate hin ihr seid am arsch und tippen noch nicht ich würde sagen ich dachte wir zusammen weil da kam eigentlich pack a punch heißt pack a punch ist man kann sozusagen die waffen werden aufgelevelt die am 1911 ist zum beispiel ein dual wield verschießt granaten und so also es ist schon ziemlich geil die waffen werden einfach besser aber nicht alle also aber ich würde sagen so gut sind wir noch nicht deswegen würde ich sagen aber es war schon ganz okay eben ich würde sagen wir bleiben erst mal wieder bei deiner und um ja ich unterbreche jetzt die aufnahme mal kurz so und jetzt sind wir hier zurück diesmal mit einem anderen typen noch in die company big super keine ahnung wie der heißt und wir haben es zu sagen wie weißt du ja kompik so klar dann haben die kalender als jeden Fall ist es in Berlin ja aber die aber tat ich auch könnte ja mehr nachdem auch toll wer hat er nachher zu mir wird mit der Beleitung bei ihrer Reiterung mit dem Schwerpunkt mehr der Monat doch kein Dach vielleicht werden ein Test ein Lappen Test ja er muss den Lappen Test wichtig Lappen Test erst dann wird er das Spiel aufgenommen sonst lassen wir den anderen zurück Loll so witzig was er es war hat Spaß gemacht ich wollte den Lappen das wird von dem anderen Tieren Kommerz will auch ein Fenster haben das ist mein Fenster Kompany Big Super leider nicht hätte es da der Spaß das machen Lappen Idiot wie du wieder was sie machen doch nicht jetzt schon weiter wissen noch nie Möbeln 1 1 das wir hier wieder schön zu machen es sind jetzt zum Wies verlangt also bis jetzt würde ich nicht sagen dass im Lappen Test bestehen die Betreffende Blatt nicht eine gute Aussicht und die auch mit den Buschern mehr auf die bis jetzt weiß auch noch nicht was so umführen wie wir spielen dass wir hier erst mal drin bleiben aber jeder normale Spieler müsste das machen weil es einfach intelligent ist beim Anfang so ganz richtig viel Geld machen kann natürlich die Strecke und jetzt kommt wieder rein oder sich da wird heute der Zeckerschaft aber vorgesehen bei der Kompany Big Super auf dem Lappen ist ich weiß jetzt erst verlaufen aber aber derzeit er hat in der Zeit der Lappen kann waschlappen sondern mit dem nein kein waschlappen waschlappen ist das nicht so und es ist nur es gibt nur mal in der einladen aber mit kein als kommt die so wieder plötzlich dieses Lappenworten zu den Parken weil es ist so gut nach dem oder mehr erledigt wird der Falle geöffnet doch ein paar Jahre noch mal zu uns so das der größte Lappen aller Zeiten Prozent die Metrauslein der Umwelche Teile also ich will muss ich mich über die Mauswürden er kennt eine Nürnz drauf inzwischen weil alle die Ausgaben sind okay dann geht es auch aus aber gar nicht Kredite und mit in dem Bau gerade war es vielleicht erst nicht drin ist vorne was dran ich habe ich mich nicht auch ich habe ich das Baugeräusch gehört hier bin ich jetzt genug so alt wäre okay Wärme Warte Jetzt hat sie die sich genommen Ich will doch auch eine haben Dies Lappen So jetzt Innet Weiß du was labert der? Wer Wo findet man noch mal die Teile für die Leiter hier? Die ist da drin zum Beispiel. Okay, hier, ich hab irgendwas. Max, einmal. Wieder gehen wir überleben? Ja. Ist auch geiler Spruch. Die hat X-Max hier die Stelle. Ja. Scheiße, wieso hab ich mir eigentlich keine Waffe gekauft? Ich tu dich kurz wieder überleben. Ich hab die oft da drin, hier ist fast schon. Ich muss nie, da. All sozial. So, kommt die rein? Ich guck auf. Wartet auf mich. Ich wusste, du bist so nicht anfangs zu fahren, bevorsteht. Paul, komm rein, komm rein. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Und hab dir die Scheiß-Tür zu gemacht, das will auch noch rein. Ich hasse euch. Paul, ich muss erstmal auch noch hinterherlaufen. Aber diese habt ihr die Tür zugebracht? Nee, ich muss hinterherlaufen. Ich wär reingekommen, dann hätt ich... Wann habt ihr mich... Ich hab keine Tüte zu gemacht. Ich hab die Tür zugemacht. Momentee. Die Tür ist hier auf. Ich hab an der Scheiß-Tür und keiner macht mir die Tür auf, obwohl ich gesagt habe. Ja, ha, Gott, beschwerig dich. Und nicht mal so rum. Mit Leo verpisst dich da. Du musst ihn immer mehr weg. Ja, ich geh da hin. Respektiv. Ich glaubte auch immer ein bisschen. Er ist aber ein ganz schön ruhige Trip hier heute. nix los da kann da kommt und leitige der leo Paul er versucht es kann sich die auch nicht mehr Komitee bis zu behältigen in der Luft Wuttefakt abtisch gesehen er ist irgendwer ist die Wand gepackt Torek der Alte ist voll durch die Wand gepackt die selber nicht mehr mitgeführt waren wahrscheinlich ein Hacker der nicht richtig hacken kann sie ist kein Hacker das Hacker sein Paul ist so auf wollte der bestimmte Hälfte ist kommt in den Big Super jetzt wieder hier er wieder überlebt wurde er nicht wieder überlebt und er hat halt nächste Runde er wird trotzdem wo amts sowas machen wir die Kammer mit dieses Ding in dem Papier kommen in dieses Ding das da drin ist ich zeig die Masse wieder auf was denn das große fette Teil große fette Teil ich glaub der hat einfach nen kack Internet oh mein Gott nein scheiß dir er macht die Video kaputt schnell 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 jetzt hast du das fette Teil nein welches fette Teil das ist so ein fettes Teil so ein Metallteil Alter das kann man doch nicht übersehen ich hab's ach so der ist ganz ein Teil das so ich dachte es wäre nur irgendwie deck mich deck mich deck mich leo der Ausländer und russen haben wir alle genug Geltung die was ist in dieses große fette Teil der Waffe kaufen aber ist das wurde von dem Bus ran machen ich bitte auch der Gattelmann machen aber aber es sind nur als Zombies die muss twicken werden und das finde ich nicht so ganz gut und so die 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 die